Ab dem 15. Januar 2016 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung liegt in Münster. Das im Jahr 2011 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Das Objekt ist stufenlos zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Tiefgaragenparkplatz. Das Objekt ist luxuriös ausgestattet. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 368 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020